hallo ihr lieben willkommen zum sunset flow auf mönchgut an der ostsee der sunset flow ist ein mittelstufen flow perfekt um deine yoga praxis auf das nächste level zu bringen und dich ein bisschen zu fordern wenn es zu anstrengend wird für dich bleib im kind und vielleicht klappt es beim nächsten mal schon etwas besser lass dich heute verzaubern von dem sonnenuntergang von dem wellenrauschen von dem gefühl hier bei mir an der ostsee zu sein ich freue mich dass du dabei bist und dann schnapp dir deine matte und dein wasser und lassen uns beginnen beginne im aufrechten geraden sitz auf deiner matte nimm dir einen moment zeit um ganz anzukommen und lass alles hinter dir was dein tag bis jetzt bestimmt hat und dann mach erstmal ein paar große kreise mit einem kopf erst in die eine richtung und dann in die andere richtung und dann komm wieder zurück Zur Mitte, mit deinem nächsten Ausatmen, bring deine rechte Hand oder deine rechten Änderung auf die Matte, öffne deinen linken Rücken ganz weit nach oben. Sehr gut, komm mit deinem Einatmen wieder zur Mitte, ausatmen, einmal rüber auf die linke Seite. Sehr gut, einmal noch, ein zur Mitte und aus nach rechts. Letztes Mal, eins mit dem und aus nach links. Super, dann komm wieder zurück zur Mitte und einmal vor auf deiner Matte in deinen Vierfüßler stammt, Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften und dann komm beim eigenen Atemrhythmus in deinen Kugatzwechsel, ausatmen, wölbe deinen Rücken ganz weit nach oben und einatmen, streck dicht durch. Super, mit deinem nächsten Einatmen, komm einmal hoch in deine Planke, bleib kurz hier, mit deinem nächsten Ausatmen, lass dich langsam zum Boden absinken, auf 4, 3, 2, 1, einatmen, dann schieb dich hoch in deinen aufschauenden Hund, Up Dog, mit deinem Ausatmen, schieb dich zurück in deinen herabschauenden Hund, deinen Down Dog und dann step mit deinen Füßen nach vorne zu deinen Händen, super, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge und mit deinem großen Einatmen über die Seiten ganz weit, down zum Herzen, spüre deinen Herzschlag. Super, mit tief ein über die Seiten, leichte Rückbeuge, ausatmen, falte nach vorne, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge, Hände auf die Matte, step zurück in deine Planke, langsam absinken, auf 4, 3, 2, 1, super, einatmen, Up Dog, und ausatmen, dein Down Dog. Super, step wieder nach vorne zu deinen Händen, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge und deinem großen Einatmen über die Seiten, down zum Herzen, spüre deinen Herzschlag. Nochmal, atme tief ein über die Seiten, leichte Rückbeuge, ausatmen, falte nach vorne, einatmen, halbe, ausatmen, ganze, step zurück in deine Planke und öffne dich hier einmal in deine seitliche Planke auf der rechten Seite, Außenseite vom rechten Fuß, rechten Arm, Füße übereinander oder wenn du magst, bring deinen linken Fuß an die Innenseite vom rechten Oberschenkel. Sehr gut, und dann stell dir mal deinen linken Fuß vor dir ab, leg dich auf den Boden, einatmen, schieb deine Hüften ganz weit hoch und aus, wieder runter, noch zweimal so, einatmen, schieb dich hoch und aus, wieder runter, letztes Mal, tief ein und aus, super, komm wieder hoch in deine seitliche Planke und dann stell deinen linken Fuß einmal hinter dir auf und öffne dein Herz nach oben. super, komm wieder zurück in deine Planke, langsam absinken auf 4, 3, 2, 1, einatmen, schieb dich hoch und aus, zurück in deinen Down Dog. sehr gut, schüttel einmal deinen Kopf aus, nein, 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 und dann stepp mit deinen Füßen nach vorne zu den Händen, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge, nur deinen großen Händen, einatmen, über die Seiten, Down zum Herzen, spür deinen Herzschlag. Sehr gut, noch einmal auf der anderen Seite, atme tief ein, leicht rückbeuge, ausatmen, falte nach vorne, einatmen, halbe, ausatmen, ganze, Hände auf die Matte, step in deine Planke, sehr gut, und öffne dich in deine seitliche Planke auf der linken Seite, Außenseite vom linken Fuß, linken Arm, und bring deinen rechten Fuß an die Innenseite vom linken Oberschenkel, und dann stell deinen rechten Fuß vor dir, leg dich ab, einatmen, schieb deine Hüften ganz weit hoch, öffne deinen Rücken und ausatmen, wieder runter, noch zweimal so, einatmen, ganz weit hoch, und aus, wieder runter, letztes Mal ganz tief ein, und aus, wieder runter, komm wieder in deine seitliche Planke auf der linken Seite, und dann stell deinen rechten Fuß hinter dir ab, öffne dein Herz nach oben, sehr gut, komm wieder zurück zur Mitte, langsam absinken, auf vier, drei, zwei, eins, einatmen, schieb dich hoch, Up Dog, und aus, zurück in deinen Down Dog, super, und dann bring deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände, dreh die linken Fußspitzen 90 Grad nach außen, und lass dich von deinem linken Arm einmal hochziehen, Krieger 2, achte darauf, dass dein vorderes Knie über dem Sprunggelenk ist, hinteres Bein ist aktiv, sehr gut, mit deinem Ausatmen, öffne einmal deinen Rückenbogen hier, super, und dann bring deinen rechten Ellenbogen auf deinen rechten Oberschenkel, einmal über unten in deinen gestreckten Winkel, sehr gut, einmal noch, komm zurück in deinen Reverse, vielleicht magst du ein bisschen tiefer gehen, schieb deine Hüften ein kleines Stückchen weiter nach vorne, super, und einmal noch vor in deinen gestreckten Winkel, mach dich ganz lang, von deinen linken Fingerspitzen bis zu deinen linken Fußspitzen, und dann streck dein vorderes Bein und komm in dein Trikonasana, linken Fingerspitzen, zieh nach oben zum Himmel, sehr gut, bring beide Hände auf die Matte und step zurück in deine Planke, langsam absinken, auf 4, 3, 2, 1, einatmen, schieb dich hoch, up, dog, und aus, zurück in dein Down Dog, sehr gut, du weißt, was kommt, bring deinen linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände, dreh deine rechten Fußspitze um 90 Grad nach außen, lass dich von dem rechten Arm hochziehen, Krieger, 2, sehr gut, öffne dich nach hinten in dein Reverse, und bring den linken Ellenbogen auf, den linken Oberschenkel einmal über unten in deinen gestreckten Winkel und mach deine Seite ganz, ganz lang, super, einmal noch, zieh dich hoch in dein Reverse, vielleicht gehst du ein bisschen tiefer, und einmal noch vor in deinen gestreckten Winkel, und wieder von hier, öffne dich in dein Trikonasana, vorderes Bein ist gestreckt, rechten Fingerspitzen ziehen, nach oben, sehr gut, und dann bring beide Hände wieder auf die Matte, atme ein, in deine Planker, langsam absinken, auf 4, 3, 2, 1, einatmen, schieb dich hoch ab, doch, und mit deinem Ausatmen, schieb dich zurück in dein Kind, mach dein Rücken ganz weich, und schwing leicht von links nach rechts, super, und dann streck deine Arme ganz weit nach vorne aus, greif die Matte, ausatmen, schieb dich zurück in dein herabschauenden Hund, super, und dann bring noch einmal deinen rechten Fuß nach vorne, zwischen deine Hände, linkes Knie hinten zum Boden, tiefer Ausfallschritt, Anjana-Yasana, einatmen, komm hoch, und öffne noch einmal deinen rechten Rückenbogen hier, Spür, wie die Energie in deinem Herzen frei fließen kann, super, beide Hände auf die Matte, noch einmal in deine Planke, und langsam absinken, auf 4, 3, 2, 1, einatmen, schieb dich hoch ab, dog, und aus, wieder zurück in dein Down-Dog, sehr gut, und dann bring deinen linken Fuß noch einmal nach vorne, zwischen deine Hände, rechtes Knie zum Boden, und mit deinem Einatmen, komm hoch, Anjana-Yasana, öffne deinen linken Rückenbogen hier, super, komm wieder zurück, Beide Hände auf die Matte, atme ein letztes Mal ein in deine Planke, ganz kraftvoll, langsam absinken, auf 4, 3, 2, 1, einatmen, Up-Dog, und aus, zurück in deinen letzten Down-Dog, super, dann lass deine Knie zum Boden absinken, und bring beide Beine nach vorne, sehr gut, komm einmal mit angewinkelten Beinen auf deiner Matte zum Liegen, achte einmal darauf, dass du deine Fersen mit deinen Fingerspitzen berühren kannst, super, und mit deinem Einatmen schieb dich am Hoch in deine Schulterbrücke, und lege deinen rechten Knöchel quer auf den linken Oberschenkel, super, ausatmen, lass dich zum Boden absinken, und einatmen, wieder hoch, mach weiter im eigenen Atemrhythmus, super, bleib unten, und entweder du schiebst dein rechtes Knie weit von dir weg, oder du greifst durch deine Beine hindurch nach deinem linken Schienbein und ziehst es ganz fest zu dir ran. Wenn du Schmerzen im Knie hast, achte darauf, dass du deinen rechten Fuß geflext hältst. und dann, Super, lass deinen linken Fuß absinken, leg dein rechtes Knie über dein linkes, Arme über den Kopf, ausatmen, lass deine Knie rüberfallen auf die linke Seite und schau nach rechts. Spür die Länge in deiner Wirbelsäule, wie all deine kleinen Wirbel auseinandergezogen werden und sich entspannen. Und dann komm wieder zurück zur Mitte, einmal auf der anderen Seite, schieb dich nochmal hoch in deine Schulterbrücke und dann leg deinen linken Knöchel quer auf den rechten Oberschenkel. Super, ausatmen, lass dich wieder absinken und einatmen, komm wieder hoch. Mach weiter in deinem eigenen Rhythmus. Sehr gut, dann bleib wieder unten und entweder du schiebst dein linkes Knie von dir weg oder du greifst wieder zwischen deinem Bein hindurch nach deinem rechten Schienenbein und ziehst es fest zu dir ran. Okay. Vielen Dank. Löse dich, lass deinen rechten Fuß zum Boden absinken, leg dein linkes Knie über dein rechtes, leg deine Arme über den Kopf ab und ausatmen, lass deine Knie rüberfallen auf die rechte Seite und schau nach links. Und dann komm wieder zurück zur Mitte und streck beide Beine aus. Leg deine Arme neben deinem Körper ab, beweg noch einmal deine Fingerspitzen und deine Fußspitzen, um alle restliche Anspannung aus deinem Körper zu lösen. Und dann komm langsam zur Ruhe. Lass deinen Atem ganz natürlich fließen, ganz ungezwungen. Spür deinen Körper ab und spür die Schwere deines Körpers ab und spür die Punkte, wo dein Körper an die Matte presst. Dein Körper wird immer schwerer und schwerer und mit jedem Atemzug gibst du etwas mehr Verantwortung ab und sinkst ein bisschen tief an den Boden. Spür die tiefe Ruhe, die dadurch entsteht, bis in deine Zehen, deine Finger und deine Haare und bis in die tiefsten Tiefen, bis in dein Herz, in deinen Brustraum und in deinen Becken. Und mit jedem Ausatmen lass etwas mehr los. Lass alles los, was dir nicht mehr dient. Nimm von diesem Tag nur mit, was gut war, was dich weitergebracht hat, was dich erfreut hat, was dich mit Liebe erfüllt hat. Und lass alles andere los, was du nicht mehr brauchst. Spüre den Raum in dir, den du dadurch schaffst, den du alles loslässt, was dir nicht dient. Wie du ganz frei wirst und leicht. Und dann komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück, atme tief ein und streck deine Arme über den Kopf. Bewege deine Fingerspitzen, deine Fußspitzen und winkel deine Beine an. Bewege deine Hüften leicht von links nach rechts. Und wenn du so weit bist, dann komm langsam wieder hoch zum Sitzen in deinem aufrechten, geraden Sitz. Und schließe noch für einen Moment deine Augen. Und bring deine Hände ins Anjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit. Die du dir heute geschenkt hast. Und bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Und deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt. Wenn dir die Hände auf hungry oder Male weiter machst. Du brillst für dich, wenn du auf dich schon Sitzig enthasanst, bist du neben dir gehst, spendst du mit deinem Freundos. Du bist so schön, musst du aber wieder relacion? Untertitelung des ZDF, 2020